Herzlich Willkommen zum Mediale Energetik Treff. Ich bin Oliver Ereni und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich werde heute eine Übung, eine Reise machen, die vielleicht etwas ungewöhnlich ist, denn normalerweise gibt es so Abgrenzungen, Schutzmeditationen ja zuhauf, findest auch schon einige hier am Kanal. Aber heute wollen wir mal eine machen, die sich ganz speziell auf das Herzzentrum bezieht. Das Herzzentrum ist ja von der Chakrenlehre auch so ein bisschen so eine Schwelle ins Feinstoffliche rein. Also der Übergang vom Solarplexus, ich und die anderen, also ganz konkret ich und mein Umfeld hinein in das Energetische, wo das eigentlich so das Thema so Liebe geben, Liebe nehmen ist, aber eben schon ein bisschen so die Schwelle zum Feinstofflichen. Also da ist es nicht mehr so ganz konkret messbar. Das ist auch nicht so sichtbar, dass ich sage, wie sehr fühle ich wirklich, wie sehr nehme ich wirklich wahr. Das ist etwas, das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig natürlich klar darstellen, wie wenn ich ganz konkret so am Solarplexus sage, schau mal, das ist jetzt meine Wohnung und die hat 60 Quadratmeter. Aber wie ich mich in der Wohnung fühle oder wie ich mich mit meinem Gegenüber fühle, das ist oftmal dann ganz schwer so festzumachen und ist eine innere Wahrheit. Und deshalb möchte ich mich heute mal mit diesem Herzzentrum beschäftigen, weil das auch sehr viel Druck oft einmal abkriegt, ohne dass es uns bewusst ist. Denn das Herz selber, wenn das offen ist, empfängt natürlich auch sehr viel. Also das ist genauso eine Antenne wie unser Bewusstsein, wie unser Verstand. Und man kann ins Herz auch ganz leicht so Themen reinsetzen, weil das Herz eben auch sehr ein sehr aufnahmefähiges, unter Anführungszeichen, Organ jetzt ist, im Energetischen gesprochen. Und deshalb ist es ganz gut, da mal durchzuputzen. Von der Farbfrequenz her sind wir beim Herzen natürlich so in einer grün-dunkelgrünen, dunkel- bis hellgrün, das variiert, aber eher dunkelgrünen Frequenz, bis hin dann rosarot ist auch so eine Herzfarbe. Also rosarot-grün sind so die Aspekte fürs Herz. Und da werden wir heute einfach mal reinschauen und das durchreinigen. Das Herz selber ist, wie gesagt, eigentlich soll es was sein, wo ich sage, Liebe geben, Liebe nehmen. Das heißt, ich kann Liebe empfangen und auch Liebe geben. Aber nicht im menschlichen, zwischenmenschlichen Sinn unbedingt, sondern auch schon spirituell auf das Göttliche bezogen. Das heißt, ich kann dadurch die göttliche Liebe einfach wahrnehmen und kann da auch dann mich mit diesem Göttlichen, mit diesem Spirituellen mehr verbinden. Das heißt also, dieses Herzzentrum ist viel mehr als diese menschlich-romantische Liebe, sondern ist auch so dieses Wahrnehmen einer göttlichen Präsenz, einer göttlichen Liebe. Und insofern ist es auch gut, weil wir oft einmal glauben, mein Gott, mein Herz ist so verletzt von irgendwelchen zwischenmenschlichen Herumspielereien. Aber in Wirklichkeit geht es auch darum, dass ich sage, ich bin ganz klar mit dieser göttlichen Liebe verbunden. Und deshalb ist es gut, dieses Zentrum auch reinzukriegen und da einfach damit zu arbeiten. Und diesen Fluss werden wir heute gemeinsam aktivieren. Gut, dann wollen wir einfach loslegen. Du kannst schon mal so deine Augen schließen. Und einfach mal so ganz tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und nochmal tief einatmen. Einatmen. Und wieder ausatmen. Und erlaube dir einfach, jetzt immer ruhiger und klarer zu werden. Deine Alltagsgedanken, deine Alltagssorgen fallen von dir ab. Und du sinkst immer tiefer und tiefer in dein Zentrum, in deine Wirklichkeit, in dein Wesen. Zuallererst beginnt jetzt eine tiefe Reinigung, ein tiefes Loslassen von gespeicherten Enttäuschungen. Wo bin ich enttäuscht worden? Und diese Bereiche werden jetzt geheilt, gereinigt. Das geht ganz von selber. So wie wenn du unter der Dusche stehst, der Wasserstrahl dich ganz von selber reinigt. So beginnt jetzt, während du meiner Stimme zuhörst. Einfach mal so dieses Loslassen, Alter, Enttäuschungen. Und deine Enttäuschung hat ja immer auch das Wort Täuschen im Wortlaut drinnen. Das heißt, hier und heute löst sich auch dein Täuschen, deine Täuschung von dir. Dort wo du dich täuscht, löst sich jetzt von dir ab. Dort wo du dich getäuscht hast, geschieht nun eine tiefe Heilung und ein tiefer Frieden. Vielleicht kommt dir jetzt in den Sinn, dass es auch in der indischen Kultur gerade diese Idee gibt, dieses Traumes, dieses Gaukels, dass das Leben ein Traum ist, eine Illusion. Und dass es jetzt an der Zeit ist, den Schleier dieser Illusion zu lösen und zu heben, sodass du 100%ig in dein höchstes Bewusstsein tauchen kannst. Alles, wo du zu sehr auf das Gaukelspiel der äußeren Welt hineingefallen bist, reinigt sich jetzt und fällt von dir ab. Fällt von dir ganz natürlich, ganz selbstverständlich ab. Du spürst, dass in dir ein tiefer Frieden existiert, eine tiefe Zufriedenheit. Und du erlaubst dir jetzt, zu dieser Zufriedenheit zu gehen, so wie wenn du dich auf einen ganz bequemen Stuhl setzt oder ein wundervolles Bett legst. Lässt du dich jetzt auf diese Zufriedenheit ein und in diese Zufriedenheit nieder. Und diese Zufriedenheit öffnet jetzt deine Chakren und öffnet auch vor allem dein Herzzentrum. Und dieses Herzzentrum hat wie einen Filter eingebaut, so ähnlich wie ein Kaffeefilter bei einer Kaffeemaschine. Und dieser Filter wird jetzt gereinigt. Denn dieser Filter reinigt alles Grobstoffliche, alles was dein Herz wirklich verletzen würde, einfach schon vorher aus. Also es wird ausgesiebt und du spürst, dass dieser Filter jetzt gereinigt wird und erneuert wird. Und du spürst, dass unter diesem Sieb, unter diesem Filter, die Unendlichkeit deines Herzzentrums liegt. Spür jetzt einfach mal die Unendlichkeit deines Herzens. Spür die Unendlichkeit deines Wesens. Und erlaube dir jetzt, dass du ganz in diese Unendlichkeit eintauchst. Völlig ohne Normen, ohne Regeln, ohne etwas, das dich zurückhält. Du tauchst absolut in diese Unendlichkeit ein. Und du spürst, dass du in diesem Augenblick den Punkt der höchsten Reinheit erreichst. Dass du in diesem Augenblick absolut frei bist. Dass du in diesem Augenblick absolut losgelöst bist. Du spürst, dass dein Herz, dein Kopf, dein Körper, dass alles auf allen Ebenen optimal versorgt und genähert wird. Und du spürst jetzt einen tiefen, tiefen Frieden, eine tiefe Zufriedenheit in dir. Jetzt ist es an der Zeit, alte Meinungen, nochmal alten Stress, alte Beeinflussungen zu lösen. Ein dunkelviolettes Licht erscheint jetzt und du beginnst, diese alten Anspannungen zu transformieren. Das sind oft so Glaubensmuster und Sätze, die du dir selber gezimmert hast. Ich werde immer enttäuscht sein. Ich werde immer an etwas leiden. Ich werde etwas nie vergeben können. Ich werde etwas nie loslassen können. Das sind solche Sätze. Und vielleicht fällt dir ja der eine oder andere Satz ein, der so ähnlich geknüpft ist. Und wenn nicht, dann findet dieses Licht in der unendlichen Intelligenz, dieses violette Licht, genau die Stellen, wo es jetzt wirken soll, wo Transformation gebraucht wird. Atme tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir jetzt, dieses violette Licht auch in deinen Herzbrustbereich einfließen zu lassen. Eine der größten Enttäuschungen im Leben eines jeden Menschen ist das Gefühl, dass man sich auf jemanden verlassen kann, auf den man sich eigentlich nicht verlassen kann. Und dann wird man enttäuscht auf dieser Ebene. Und nun hast du die Möglichkeit, den Punkt in dir zu finden, auf den du dich zu 100% in jeder Lebenssituation verlassen kannst. Deinen Herzenspunkt, den Mittelpunkt von deinem Herzchakra, der zuverlässige Punkt in deinem Leben. Der Punkt in deinem Leben, wo du Verständnis findest, Liebe findest, Geborgenheit findest, Klarheit findest, Trost findest, der Punkt, der nur darauf wartet, jetzt von dir entdeckt zu werden. Und während du meine Stimme hörst, sinkt dein Bewusstsein genau zu diesem einen Punkt hin. Und dieser eine Punkt relativiert alle Verwicklungen und Verstrickungen, die du im Außen hast. Und du spürst, dass du freier wirst. Und du spürst auch, wie dein Herz mehr und mehr zu strahlen beginnt. Und du spürst, dass du freier wirst. Und du spürst, wie die Kraft deines Herzens ganz konkret durch deinen Solaplexus, dein Nabelschakra und dein Wurzelschakra in die Erde fließen zu lassen. Und du spürst, wie die Kraft deines Herzens auch die darunterliegenden Zentren transformiert. Solaplexus, Nabel, Wurzelschakra, Erde. Spür jetzt, dass Verwicklungen und Verstrickungen von dir abfallen, und dass Sorgen der Vergangenheit angehören. Und dass du voller Zuversicht jetzt mit einer belastenden Zukunft, einer belastenden Vergangenheit abschließen kannst. Du beginnst jetzt mit einer belastenden Vergangenheit abzuschließen. Also alles, was dich von früher noch belastet, darf jetzt gehen. Und durch die Reinigung, die passiert, trittst du in eine neue, strahlende, klare, ganz bewusste Zukunft ein. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst auch, dass du für jede Situation die optimale Lösung intuitiv in dir trägst. Dass es ab jetzt wieder möglich ist, dein Herz klar sprechen zu lassen. Du spürst jetzt, wie du freier wirst, leichter. Du spürst, wie sämtliche Urteile sich lösen. Und wie du friedlich und zufrieden, ganz stabil, immer mehr und mehr in deine Kraft, in deine Herzenskraft hineinkommst. Du atmest tief ein und wieder aus. Und spürst du die Zufriedenheit und die Heilung, die durch dich hindurch fließt. Du hast jetzt die Gelegenheit, dich für dein Leben und dein Dasein zu bedanken, in deinen eigenen Worten. Einfach mal so geh in dich und sag mal Danke. 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 Und dann spür, wie die Energie der Dankbarkeit dich noch weiter öffnet. Wie eine tiefe, unendliche Liebe dich und dein Dasein durchströmt. Atme noch einmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmals tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass dein Herzzentrum offen ist. ganz weich und klar und klar und geöffnet. Und du atmest noch mal ganz tief ein. Und wieder aus. Und spürst, dass über dieser unendlichen Liebe, dieser göttlichen Liebe, das ewige Bewusstsein, das ewige Bewusstsein, das ewig göttliche Bewusstsein thront. Und du spürst, dass du jetzt mit diesem Bewusstsein verbunden bist. Und du spürst auch die Liebe, die sowohl ins Geistige fließt, als auch in die Erde fließt. Und du spürst einen tiefen Frieden. Und du spürst eine tiefe Zufriedenheit. Und du spürst, dass du weich, klar und zufrieden bist. Und du weichst, dass diese Freiheit bei dir bleibt. Dass dieses Bewusstsein über dein Herzzentrum in dir ist. Und du wirst dich an dieses Zentrum erinnern können. Und du wirst, wenn du möchtest, auch immer einen guten, guten Kontakt haben. Und diesen Kontakt auch noch ausbauen können. Zu deinem Herzzentrum. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus. Bedank dich nochmal bei der geistigen Welt für die Hilfe. Streck dich mal durch. Beweg deine Arme, deine Beine, deinen Körper. Und schau, dass du dich wieder gut spürst. Gut ins Hier und Jetzt zurückkommst. Dass du die Unterlage, auf der du sitzt, ganz gut wahrnimmst. Bedank dich nochmal. Und wenn du soweit bist, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Lass dir einfach Zeit. Und du kannst diese Meditation natürlich jederzeit wiederholen. Du wirst jetzt spüren, dass dieses Zentrum schön gereinigt ist. Dass es klarer ist. Und das ist einfach so dieser Zugang. Liebe geben, Liebe nehmen. Aber auch ein bisschen so die Verbindung zum Geistigen, zum Göttlichen. Und das war jetzt natürlich eine etwas intensivere Meditation. Aber wie gesagt, du kannst sie gerne wiederholen. Und ich hoffe, dir hat die Reise gefallen. Wenn es dir gefallen hat, bitte lass einen Daumen hoch da. Oder abonniere meinen Kanal. Es gibt noch viel mehr so Meditationen. Teile das Video, wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch mal so das Herz durchgereinigt haben möchte. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, hier am Kanal. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Kill, tim, режlek, aufgereinend. helping gestern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020